Jetzt hab ich da dementsprechend halt mal ein bisschen geändert und ein paar Waffen Ja, ok. Ja, ich weiß zwar besser spielt als Lisa, sag ich jetzt mal, oder? Ah, ich wollte schon lange mal nachgucken, ich war immer zu faul irgendwie Oh, hier, ich hab schon mal ne Munitionskiste Er ist tot, er ist schonmal tot, er fällt jetzt direkt weg Warum ist er denn tot? Entweder ist er ans Wasser, ne der ist, wo ich stürm Ich glaube hier ist keiner, ne? Vielleicht hat er sich die Bene gebraucht, oder so, oder sowas Entweder Ditto oder ans, ja, genau, oder ans Wasser gefallen Was ist da von der Kiste? Hier auf die Couch, auf der Couch drauf ey Können wir ja Loadout holen, ne? Äh, das reicht ja schon Ziele aktualisiert, weiter zum nächsten Standort Na, die Schöne kommen Ok Hallo Vorratskisten, wir gefunden, gute Arbeit Na gut, dann geh ich mal, ich hab ja schon genug Geld hier Ok, perfekt Was ist das, äh, da ist der Schöpult Da ist der Schöpult Ist es um, äh, soll ich zu oben wer hinwer, also ich werf's unten rein, dann können wir's oben holen Ach egal, ich werf's jetzt hier, ne? Ich werf's jetzt hier, ne? Oh, ne Oh, ne, oh Da stimmt irgendwas nicht in der Matrix Ja, muss ein Fehler sein Armbrust M7, das ist doch so ne geile Kombi Ja, auf jeden Fall Alter, ich hab's für mich auch gerade drauf Oh, hier unten sind's Da kann man eigentlich ne gute Pose von hier, um die da ein bisschen zu beschäftchen hier unten Guck mal da Also einer ist K.O., zwei sind geblendet, glaub ich Ich geh mal mit mit denen Äh, ist sicher mal oben ab Nicht schlecht Ich hab Angst, dass ich mich zerredet werde, ey, weil die da oben schon Das ist ja überall wahrscheinlich, ne? Wie seht ihr jetzt alle da unten, ach, naja, komm Komm ich mit Der ist Richtung Greenhouse gerannt, auf jeden Fall, das hat er noch hier sehen Wahrscheinlich war das noch der letzte von denen Ach, guck mal, da ist er Ja Irgendein Fenster gestunnt oben Markiere Wegpunktkord Oben potenziell auf dem Dach, ja Feindliche Drohne über uns Ich glaub der ist weggerannt, ja Der muss weg sein Oder der hockt hier halt auf dem Dach, glaub ich ja, guck der auf dem Dach Ist'n fertig, ja, ich mach noch schnell die Runde, ja, so 10 Minuten höchstens, also wahrscheinlich Ich hab' nicht Ja Ne, keine Ahnung, wo der hin ist Hm, find'n komisch Das Gas kommt näher, neue Sicherheitszone wird markiert Da hinten läuft einer zum Shop gerade Shitbreak Da ist ein Versicherungs mit seinem Scheiß-Schild Kontakt Mann, ist das ein Penner, ey Habe Ziel im Blick Partiert, in Bewegung Ich push den jetzt mal Ich hab' einen mit der Armbrust K.O. Er ist tot, wunderbar Hast du den anderen? Ne, das war der Ach, das war der? Voll genial, die Armbrust ist die Ach, das war der Oh, ich bin angeschossen von den Zelten her Von den Zelten? Ok Oben Oh, ich geh erstmal Hier noch auf Granate Was ist das denn? Oben sind's, ja Einer ist aber auch bei den Zelten gemacht, da hinten Woll mal, wollen wir weiter jetzt mal hoch Ich bin auch mit euch Oh, hier landet einer Shieldbreak Oh, schade Oh, schade Die Mets sind ja auch hier, wa Warte mal, ich hab' hier eine Munitionskistole Warte mal, ich hab' hier eine Munitionskistole Hier sind noch andere Leute, Vorsicht Hm Ich glaube, oben auf dem Dach auch Hier unten Rechts Hier oben, von oben, von der Leiter Ja, ich sag's noch und schlafe wie ein Esel, ey, krass Ich dachte, der kommt runter gesprungen Naja, egal Hier sind noch alle drei da Aber der war bei der Leiter da oben Der Patsch bringt uns in das Gebiet ab, auf den Himmel ab Gründkanavi gewonnen G tonn G tonn G tonn G tonn G tonn ist hier soweit erst mal alles ruhig ich glaube hier ist soweit erst mal alles ruhig das gas verbreitet sich schnell in die neue sicherheitszone umschlussverkauf jedenfalls eine selbstwiederbleibung wollen schon mal los hier direkt hier oben ist ja das kann nicht wahr sein das war der gar nicht auch auch Oh, schade. Tja, wo lande ich denn jetzt? Load-Mode? Oh, muss ich eigentlich machen, ja. Ach, jetzt hab ich das vorliegt. Das ist der Raffentscheide, wo auf der Scheiß-Waffe drauf ist. Bin noch auf dem Weg in die Zone schonmal, ja. Komm von oben langsam nach. Alter, geh herein, Junge. Achtung! Verbündeter Präzision! Ich geh rum! Ich kann nochmal einen holen. Ja, dann nur einen. Einen brauchst du nur zu holen. Oh! Feindliche Krone über uns! Ziel! Drücken vor! Feind zu schossen! Defektiert und zum Abflusspray gegeben! Hier ist Stryker 3-1, alles klar. Luftschlag im Anflug. Oh, hell. Direkter Treffer. Genau. Wenn ich nur nachladen werde, also ich habe … … was ist denn das für eine Runde für mich, Alter? Sehr schlimm! Krass! Einen Drecksload-Autom calls you, dude, meine Laumst점. ob sie euch markiert da wo der rote marker ist von da kommen sie auf jeden fall das war nein nein so schön mit der mit gesehen Ich werde noch mal angucken, ey. Oh, sieben Kills. Oh, Schale, Mann. Das ist ja ein geiler mitgeworden. Geworden. Gut, ich geh jetzt erstmal was essen. Aber probier's. Können wir danach noch ein paar Runden machen. Ja, wir gucken, wann ich wieder da bin. Ja, alles klar. Ja, ich denke mal eine Viertelstunde so. Ja, alles gut. Mach in Ruhe. Tschüss gleich. Bis denn. Ciao, ciao.